Hier ist ein Fake Batman hier, der Aale Lump. Steht auf dem Hologramm. Ja, weil ich es kann. Du kannst dir hier nochmal Munition holen. Eher wir ins Gemetzel gehen. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Wozu braucht man eine Approbation, wenn man Stil hat? Ich bin voll auf Munitioniert. Mal gucken, ob ich was verkaufen kann. Ach, weg damit. Wenn du leben willst, kauf bei mir. Ups, schon ein Schuss verschwendet. Ich hab mir den bösen Finger geklemmt. Ja? Das kippt ne Narbe. Oh. Oh, wir müssen wieder durch alle Gegner. Ich dachte gerade, du wärst ein Gegner, weil du geslackt warst. Wieso? Ne, ne. Boah, das Spiel kommt mir schon wieder lauter vor. Ja. Ja. Voll merkwürdig. Komisch, dass es auf YouTube immer so leise ist. Ha. Wo? Wo ist das? Wo kam der hier hin? Der war in so einem Ding drin. Die man zerschlagen kann. Oh, ha. Ja. Ich glaub, das Zaun auf einmal kam der raus. Ja. Das zingern wir ihn. Und die schießt halt so schnell wie ich klicke. Guck so ein Ding hatte ich zerschlagen. Okay, no bicep. Ich hab weggeschossen. Oben war auch noch einer. Ja, das ist auch einer. Laufen wir einfach mal weiter. Jo. Es wird Nacht. Der rettet uns aber doch nach. Das war das Gelüger. Oh, bei mir lagts schon wieder. Ja. Ja. Wo haben wir lagts? Boah. Jetzt will ich Kleinhold sehen. Oh, voll in die edlen Zeile. Ich glaubte, er hat mich nicht gemacht. Hier müssen wir wieder durch. Nichts über einen schwierigen Kill. Oh, level up. Oh, level up. Das ist ein frett. ach Wir fliegen noch so weit. Das war knapp. Also mein Internet spinnt total. Das ist ja richtig schwer da zu schieben. Vom TS her bist du noch normal. Also das lag Todes. Ich schieße und dann fliegt der Schuss voll daneben. Ich muss mich mal kurz hochleveln. Ohja. Oh, da kommen Gegner. Das wäre cool wenn dein Geschütz noch Slack Munition haben könnte. Gibt's glaube ich. Jetzt können wir mal kurz killen. Ja. Echt? Gibt's? 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 Echt? Gibt's? Okay. Okay. Jetzt können wir auch irgendwie neue Kisten öffnen. Ah, ja, stimmt. What? Oh, wow. Was hat er denn da gebt? Mike Sample. Die brauchen wir. Hier runter, gell? Ich glaube man kann auch hier einfach weiter. Weil letztens hat doch einer geschoben über die Brücke. Ja ne der meinte eine andere Brücke. Achso. Ja, dann lassen wir er hier runter. Haha, clever. Oh oh. Oh ich sterbe. Was? Nein du stirb. Genau doch. Du hast ein Badass Feuer-Skag. Ja. Oh ich kämpfe auch gerade um mein Leben. Boah Badass Shock-Skag. Raketenwerfer. Ja. Ja. Ich habe ihn killen können. Sehr gut. Ja ich habe ihn mit dem Raketenwerfer schwach gemacht. Dass ich ihn nämlich noch einmal abschießen muss. Sehr gut. Ein Ding zu entgegen. Ja wunderschön. Das ist sicher. Ja. Sieht doch ganz einsch. Ist das eh. Ist das gut? Nicht so. Ja. Ich verstehe bitte. Ach so. Ja. Im cleanen. Obwohl das nicht. Ja. Okay, Slackprobe. Hi Flo. Hi Flo? Flo. Flo schreibt Moin. Achso, hallo Flo. Ich dachte schon wieder, du drehst dich und drehst nicht dir selbst. Ein geslackter Rack. Die kämpfen gegen den Rack. Nein, jetzt kämpft er gegen uns. Kommt doch wieder Pimmon und Tumba. Oh ja. Wenn ich mich recht entsinne. Boah, guck ich. Bei mir lag das voll. Bei mir läufst du ganz normal. Merkwürdig. Also ich hab Todesrückler drin. Okay, dann lass einigermaßen zusammenbleiben. Yo. Komm. Oh. Okay, gut. weiter gehts ja, zeig mal, wo springt hier noch einer rum gut 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 jetzt kommen auch einige gut 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 Schön verätzt. Die ist ganz gut, die Schrotflinte. Ja, die ist echt gut. Ich muss nur meinen Nachladen noch ein bisschen schneller skillen. So. Wir sind auch oben. So. So. Stalker. So. 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 Die wehren manchmal die Schüsse ab. Ich hab Säure von dir abbekommen. Meiner verätzt. Voll geil, wenn mein Schild voll ist, also nachdem es sich aufgeladen hat, heile ich mich selbst auch. Ich hab Säure von dir abbekommen. Ich hab Säure von dir. Ich bin so. Ich hab Säure von dir. Ich bin auch drauf. Ich hab Säure von dir abbekommen. 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 Soll ich sie mal testen? Obwohl der Säure Schaden macht ja pro Sekunde Schaden. Naja, ich hab beide dabei. Ich teste die mal jetzt. Ich glaub aber, wie es weiter geht, sehen wir in der nächsten Folge, oder? Wie lange läuft die jetzt schon? Wann haben wir angefangen? Zwanzig noch. Ich glaube, ich dachte du stoppst da. Guckst. Ich glaub wir haben noch so zehn Minuten. Ich hab Säure von dir abbekommen. Mach den Sie schon doch keine Panik. Mach den Sie schon doch keine Panik. Mach den Mama und Papa keine Panik. Okay. Was für ne Todesmauer? Oh ja, da wollen wir hin. Kommen wir noch. Wir öffnen ja gleich alle Türen. Boah. Boah. Oder warte mal. Wir müssen aber irgendwie verlieren. Warte, warte, hier. Warte, ich komm. Woah. Boah. Oh, was haben wir denn hier? Maketenwerfer. Gar nicht mehr so schlecht, warte mal. Bitte lasst ihn gehen. Wo hängst denn Sammy? Nennen Sie mich nicht. Dieses Versuchsobjekt ist für unsere Zwecke ungeeignet. Sein Mann hat Schüttelfrost. Er könnte sich angesteckt... Hey, du hast doch ne Frau, hm? Und die willst du doch sicher noch mal wiedersehen, hm? Das können sie nicht. Ich höre immer noch keine Schreie. Kannst du die anderen Dinger auch öffnen? Ich glaube, die gehen erst gegen Ende auf. Okay. Wenn man zurückkommt oder so. Hier ist ein Spielfehler. Du kannst das Tor immer wieder öffnen und dann ist es auf einmal direkt zu. Oh nein. Suchst du Bloodwing? Oh, ich hab sie vor ein paar Stunden verlegt. An einen etwas... dramatischeren Ort. Bloodwing ist nicht da? Verdammt! Jack verrascht uns. Warte mal, warte mal. Da hört sich was im Observation Wing. Vielleicht haben sie sie dort hingebracht. Arbeite nicht weiter durch das Reservat vor, amigo. Jo. Gut, ich würde sagen, hier machen wir jetzt mal einen Cut. Ja. Werden wir Bloodwing finden. Oder auch nicht. Werden wir Bloodwing retten. Oder auch nicht. All das. Warum öffnet sich das immer? Das sehen wir in der nächsten Folge von... Vault-Tag Hunter 7. Ja. Adios.